Selbstliebe lernen Nimm Dir Zeit für Dich und tue etwas, was Dir Freude bereitet, wie zum Beispiel ein warmes Bad nehmen. Ein warmes Bad ist eine hervorragende Möglichkeit, um sich zu entspannen und sich selbst zu verwöhnen. Du kannst ätherische Öle, Badesalze oder Schaumbäder verwenden, um die Atmosphäre noch angenehmer zu gestalten und Deine Sinne zu stimulieren. Selbstpflege hilft Dir, Dich um Dich selbst zu kümmern und Deine Liebe zu Dir zu stärken. Neben einem warmen Bad gibt es auch viele andere Aktivitäten, die Dir Freude bereiten können und als Selbstpflege dienen. Das kann zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur sein, das Lesen eines guten Buches, das Malen oder Zeichnen, das Hören von Musik oder das Ausüben einer Sportart, die Dir Spaß macht. Eine andere Möglichkeit der Selbstpflege ist das Ausprobieren von Entspannungstechniken, wie Meditation oder Atemübungen. Diese können Dir helfen, inneren Frieden und Gelassenheit zu finden und den Stress des Alltags zu bewältigen. Selbstpflege umfasst auch eine gesunde Ernährung. Indem Du Dich ausgewogen und nährstoffreich ernährst, tust Du Deinem Körper etwas Gutes und förderst Dein allgemeines Wohlbefinden. Du kannst zum Beispiel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Fette in Deine Ernährung integrieren. Vergiss nicht, auch gut für Deinen Körper zu sorgen. Das umfasst regelmäßige Bewegung, genügend Schlaf und die Einhaltung einer guten Hygiene. All diese Aspekte tragen dazu bei, dass Du Dich körperlich und geistig wohlfühlst. Selbstpflege bedeutet auch, Deine eigenen Grenzen zu respektieren und Nein zu sagen. Wenn Du überlastet oder überfordert bist. Du musst nicht jedem Wunsch und jeder Anforderung nachkommen, sondern kannst selbst entscheiden, was für Dich richtig ist.